so freunde und damit herzlich willkommen zu einem kleinen video was ein wenig anders aussieht wie das klassische let's play format was ihr kennt das ist so eine mischung aus info video und vielleicht auch mal meinung schrägstrich empfehlung wer das roadmap video die letzten tage gesehen hat in dem ich erklärt habe hogwarts legacy möchte ich unbedingt let's plane kommt seht ihr hier am 10 februar 2023 dann auch raus und mich da und euch auch maximal vorzubereiten gehe ich wirklich noch mal die komplette harry potter reihe durch let's play alle spiele die es auf dem pc gibt einschließlich der quidditch weltmeisterschaft und vielleicht wenn ihr lust drauf habt sogar die lego harry potter spiele also dann hätten wir wirklich alles gesehen zumindest von den pc spielen muss ich mal leider dazu sagen was heißt leider die version waren ja gerade bei den ersten harry potter spielen sehr unterschiedlich das heißt dort ist teilweise ein komplett anderes spiel auf der playstation 2 wie am pc obwohl beides harry potter und die kammer des schreckens zum beispiel hießen ja und das war nicht nur zwischen zwei konsolen sondern das war es gab noch gamecube gameboy alles mögliche also da gab es die verrücktesten unterschiede das wird bei hogwarts legacy wahrscheinlich ein ganzes stück anders sein denn mittlerweile sind spiele meistens ziemlich identisch zwischen den distributionen zumindest zwischen den wichtigen konsolen xbox playstation und eben dem computer oft gibt es dann noch eine nintendo switch version die oft auch nicht so weit weg ist sondern eher grafisch down gegradet wird oder eventuell an die steuerung der switch konsole angepasst wird hogwarts legacy wurde jetzt vor wenigen tagen auf der gamescom final noch mal bestätigt beziehungsweise mit einem finalen trailer noch mal angekündigt gehen hier mal die dieses marketing footage rein hier seht ihr schon ein bisschen ja sehr interessant ihr habt ja das let's play zu diesem zeitpunkt noch nicht gesehen aber wen sowas interessiert der muss nicht bis februar warten guckt einfach in harry potter und der gefangene von asgaban in das let's play rein welches dann richtung 30 september die erste folge erscheint da kann man auch den hippo greifen tatsächlich durch die wälder von hogwarts fliegen aber der seht natürlich schon das ist jetzt hier hochglanz aber die grafik was die trailer bisher gezeigt haben die könnte schon wirklich next gen sein das würde ich nicht bezweifeln da sieht hier sehr gut aus klar welcher trailer und welches marketing material hat ein spiel auch schon mal versucht schlecht darzustellen das ist auch so meine erste warnung der hype um hogwarts legacy für die harry potter fans und für die die vielleicht in den letzten wochen und monaten immer mal über einen trailer oder über einen blog post gestolpert sind den sollte mittlerweile klar sein dieses spiel hat einen gewissen hype vor allem eben in der harry potter in der wizarding world community das spiel selbst hat aber nichts mit harry potter zu tun spielt glaube ich knapp rund um 1890 in dem dreh oder 1899 bedeutet mal mindestens 100 jahre bevor harry potter ja stattfand dementsprechend wird man wahrscheinlich bin mir nicht sicher bei so charakteren die sehr alt sind in harry potter wie dumbledore oder so vielleicht kommen die hier irgendwie mal mit rein aber so was man aktuell gesehen hat scheint das hier wirklich hogwarts darzustellen man selbst ist ein zauberer lehrling und man geht hier durch so ein fantasy action adventure rpg like game bin ich sehr interessant auch so was die geschichte angeht was auch die themen dunkle magie und so weiter angeht also ich bin auf jeden fall halbt aber ihr seht schon natürlich kostet euch das hier auch was ich bin jetzt mal auf steam ich weiß gar nicht was die native der native launcher ist von dem was ich aktuell gesehen habe ist es steam und ihr seht hier gibt es zwei versionen die standardversion vorbestellung und einmal die deluxe edition vorbestellung ganz genau genommen gibt es sogar noch eine dritte das ist die collectors edition die kostet dann mal schlappe 300 euro richtig gehört da kriegt er nicht mehr game material sondern da kriegt er halt so einige goodies wie so ein schätze mal ein steelbook ein artbook und noch irgendwas was man sich ins regal stellen kann eine statu ich glaube es war so ein buch mit zauberstab ich bin euch ehrlich ich kaufe mir auch keine collectors edition glaube ich habe mir auch noch nie eine gekauft es gibt ein paar collectors edition wo man als fan schon mal schwach wurde ich sage jetzt mal der witcher 3 die hat eine sehr gute collectors edition oder es gab immer mal welche wo man sich gedacht hat auch cool aber die waren auch nicht so teuer ich glaube die sind aber auch schon mittlerweile fast alle vergriffen wie das halt leider so ist limitierter vorrat und dann wird es halt auf dem zweitmarkt verscherbelt das wäre natürlich auch lustig gewesen wenn man da rangekommen hätte ich ein unboxing video oder so noch gemacht aber ich bin auch ehrlich das wäre mir jetzt nicht so wichtig gewesen wichtiger ist es dass man hier erstmal sich die frage stellt wer bin ich was habe ich für wünsche was habe ich für ziele wenn ich dieses spiel kaufen was habt ihr vielleicht als reine konsumenten für ideen ich möchte mit hogwarts legacy wirklich content createn sei es jetzt in form von einem klassischen let's play oder in form von einem live stream oder sogar einer mischung aus beidem in dem roadmap video guckt da wirklich unbedingt mal rein das ist ein sehr wichtiges video um vielleicht auch dieses zu verstehen da habe ich euch schon mal so gesagt mir wäre es lieber dass wir hogwarts legacy wirklich als klassische display führen das nicht mit einem live stream vermixen weil ich einfach der meinung bin dass die atmosphäre dann vielleicht eine andere ist aber da könnt ihr mich auch gerne versuchen umzustürmen wie gesagt das ist nicht in stein gemeißelt ist aber aktuell so mein bauchgefühl für mich als content creator ist die entscheidung relativ klar der pre purchase hat im grunde einen riesigen vorteil und das gilt meines wissens für alle version man hat drei tage vorher die möglichkeit das spiel schon zu spielen das bedeutet so wie ich es verstanden habe am 7 februar 23 vielleicht können wir es am 6 februar dann schon mal preload wird ja wahrscheinlich auch ein spiel zwischen 50 und 100 gigabyte sein die man erst mal installieren muss ja und downloaden muss also da braucht ein oder andere schon mal einen tag für deswegen hoffe ich dass das möglich ist und dass man dann am 7 schon perfekt rein starten kann ich bin sehr gespannt auf dieses spiel logischerweise für mich ist es relativ klar dass die vorbestellung in frage kommt eben durch diesen vorab zugriff was natürlich so ein downer wäre wenn das spiel jetzt noch mal verschoben werden würde richtung mitte ende 2023 ist nicht unmöglich wir haben einige gehypte spiele in den letzten wochen gehabt die halt leider oder in den letzten jahren im grunde die leider echt ja nicht fertig auf markt kamen cyberpunk 2077 battlefield 2042 das neue assassin's creed was auch schon mittlerweile fast zwei jahre alt ist und 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 es gab viele ganz große marken die einfach ein unfertiges spiel auf markt geworfen haben wahrscheinlich weil man zu ambitioniert war mit dem release offiziell laut gerüchten hieß es immer das kommt auf jeden fall noch vor weihnachten 22 man hat jetzt auf februar 23 geschoben das kann gutes zeichen sein das kann genauso gut ein schlechtes zeichen sein ja cyberpunk wurde auch immer um wochen monate und jahre verschoben und trotzdem kam es unfertig raus es gibt aber auch spiele wo man sagen kann das ist jetzt wirklich bei 99 prozent und für den ein prozent brauchen wir aber die paar monate länger und das haben wir jetzt auch relativ früh entschieden weil selbst hätte man das spiel im dezember rausgebracht man ist ja jetzt immer noch knapp vier monate davon entfernt haben sie noch sechs monate oder fünf monate je nachdem ich bin mal gespannt ich hoffe natürlich gerade bei diesem spiel dass es kein reinfall wird ich glaube wir haben gerade bei den großen hoffnungen bei den größeren titeln die auch wirklich jetzt die wie in dem fall die hogwarts schrägstrich harry potter ip haben da möchte man einfach nicht dass sie scheitern und das studio ist auch kein also studio wovon ich jetzt besonders was negatives gehört habe avalanche software ich weiß nicht was da passiert war noch bravo games könnt ihr ja mal selbst durchschauen was alles so in denen ihre kategorie fällt ich habe mich da jetzt nicht besonders mit beschäftigt man sieht ein bisschen batman immer gespannt ob man da ob man das komplett entwickelt hat sogar shadow of mordor interessant man war auch schon in der herr in der harry potter ich fast gesagt herr der ringe lore gewesen ja und ich würde euch einfach empfehlen wartet trotzdem erstmal den 10 februar ab weil wenn ihr jetzt nicht content creator seid und wenn ihr jetzt sage ich mal auch damit leben könnte spiel nicht sofort spielen zu müssen und vielleicht erst mal die ersten drei vier fünf tage abwarten ob das spiel wirklich fertig ist ob es ja auch das ist was man möchte guckt euch auch vielleicht erst mal ein paar folgen let's play an notfalls bei mir auf dem kanal ja ob das vielleicht auch überhaupt das spiel ist was ihr sucht weil für mich als content creator ich werde sowieso was mit diesem spiel machen ich werde damit ein output haben und ich ist ja für mich ist es einfach toll relativ früh und mit einem relativ großen umfang spielen zu können deswegen ist für mich auch die pre purchase hogwarts legacy deluxe edition wahrscheinlich genau der richtige die richtige wahl für euch als normaler verbraucher würde ich es aber einerseits nicht empfehlen vorzubestellen und andererseits auch nicht unbedingt die deluxe edition guckt euch erst mal an wenn das spiel raus ist wie sieht es aus läuft überhaupt auf eurem system flüssig ja für die pc user und 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 ist es vom spieltyp was was ich bisher von den trailern gesehen habe unterscheidet es sich sehr stark von all dem was ich bisher in den alten harry potter spielen gesehen habe deswegen bin ich selbst mal gespannt was es wird und natürlich so tolle bilder wie das jetzt mein absolutes lieblingsbild von diesen vorschaubildern also muss ich glaube ich nicht viel zu sagen klar wenn man ein spiel bekommt was wirklich das hier abliefert von der atmosphäre von der stimmung ja also ich meine bei dem bilder kriege ich ja gänsehaut ja hätte mir das einer als kind gezeigt und gesagt in keine ahnung 20 jahren oder so kannst du das mal als ein richtiges pc spiel zocken mit so einer grafik da hätte ich da hätte ich geweint ja weil das ist einfach wunderschön aber ob es halt am ende wirklich so ist wie das hier gezeigt wird das zeigt sich am spätestens 10 februar hoffentlich deswegen das waren so ein paar worte von mir für mich ist es ganz klar das hier geht in den warenkorb und ich werde es mir dann nachher ziehen oder wir gucken mal wie wir es machen vielleicht zeige ich es auch in dem video und dann wisst ihr schon mal ich habe vorgebestellt aber mit der großen warnung für euch macht es immer mehr sinn nach release erst mal zu checken wie ist das spiel wie sieht es aus guckt euch netz play an guckt durch stream an wie funktioniert das wie funktionieren mechanismen wie sieht es aus wie ist die stimmung was ist überhaupt so die atmosphäre und so weiter und dann könnt ihr immer noch warten weil die meisten spiele werden im preis eher günstiger und das macht für den normalverbraucher mehr sinn ja für mich macht es allerdings mehr sinn relativ früh videos damit produzieren zu können content zu createn den rauszuhauen die leute haben lust und ich habe auch lust und natürlich möchte dann auch eventuelle dlcs oder zusätzlichen inhalt zeigen können damit vielleicht auch der ein oder andere von euch den sich nicht kaufen muss denn er sieht ihn ja dann bei mir und kann immer noch abwägen hey gefällt mir das ist mir das noch mal 10 20 euro mehr wert oder nicht und so seid ihr eigentlich immer auf der sicheren seite das wollte ich noch mitgeben wie gesagt ich mache mal einen kleinen cut und dann gucken wir mal ob wir hier vorbestehen können so wir sind jetzt mal hier auf der bei page hoffe ich nennt man das ich habe jetzt hier noch mal greet zum subscriber agreement und gehen mal auf purchase man kriegt 7145 steam points da kann man sich ja ganz viele avatar borders und was nicht alles kaufen gehen wir auf purchase und das war's damit können wir dann auch zurück zum store oder install content kann man das schon ok nein man kann es noch nicht preloaden wie gesagt ist ja auch noch das spiel ist ja auch noch in der entwicklung gut das war es meinerseits vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat einen kleinen unterhaltungswert für euch gehabt und das ist natürlich jetzt keine anleitung euch die teuerste version die es bei steam gibt mal einfach sofort zu bestellen sondern das ist eher so eine mischung aus ich bin committed auf meinem kanal werdet ihr zu 100 prozent dieses let's play anfang februar finden und wenn ihr lust habt dann solltet ihr das vielleicht ein bisschen anders angehen weil eure ziele oder eure idee das spiel zu spielen wahrscheinlich eine etwas andere ist wie die von mir vielen dank trotzdem fürs zuschauen wir sehen uns dann eben beim nächsten mal und hoffentlich wenn ihr lust habt in den harry potter let's plays und spätestens natürlich beim hogwarts legacy let's play bis dahin ciao